Hi, wir sind das Hege4U-Team. Wir kandidieren dieses Jahr als Schulsprecher-Team. Wir freuen uns, wenn ihr uns wählt, auf ein richtig, richtig cooles Jahr mit euch. Neben den Traditionen der letzten Jahre haben wir auch ein neues Programm vorbereitet, welches wir euch auf den weiteren Slides vorstellen möchten. Was uns aber am aller, aller wichtigsten ist, dass eure Stimme zählt. Wir sind nicht hier, um einfach nur unsere Vorstellungen und unsere Agenda durchzufuschen, sondern wir wollen eure Wünsche und eure Vorstellungen hören und damit dann umsetzen im nächsten Schuljahr. Wir freuen uns auf euch! Wir sind uns!